Herzlich willkommen zu Asklepios Informationssendung. Viele von uns haben Angst, im Alter dement zu werden und man hört ja immer wieder, dass man nicht allzu viel dagegen machen kann. Es heißt aber auch, dass man Demenz in einigen Fällen operieren kann und wir wollen wissen, was da dran ist. Bei mir zu Gast ist Prof. Dr. Uwe Kehler. Er ist Chef der Neurochirurgie am Asklepios Klinikum Altona. Schön, dass Sie da sind. Kann man Demenz operieren? In einigen Fällen ja. Es gibt einige Erkrankungen, die mit dem Symptom einer Demenz einhergehen und die kann man sehr wohl mit sehr gutem Erfolg operieren. Erklären Sie uns genau, was Demenz eigentlich ist. Ist das jetzt eine Krankheit? Die Demenz ist ein Symptom einer Erkrankung. Es gibt viele Erkrankungen, die mit diesem Symptom Demenz einhergehen. Zum Beispiel auch die Alzheimer-Erkrankung, die das Hauptsymptom Demenz hat. Aber es gibt auch viele andere Erkrankungen, zum Beispiel Zysten im Gehirn, Tumoren im Gehirn, Erweiterung der Hirnkammer, ein sogenannter Hydrocephalus. Diese Erkrankungen gehen alle auch mit dem Symptom einer Demenz einher. Auch manche Stoffwechselerkrankungen können als Symptom eine Demenz haben. Kann man sagen, wodurch diese Demenz da entsteht, also auch diese Symptome, die eine Demenz ausmachen, dass man sich nicht mehr erinnern kann, Dinge vergisst? Bei Hirntumoren zum Beispiel oder Druckerhöhung im Schädelinneren funktionieren Teile des Gehirns nicht mehr und die führen dann zu einer entsprechenden Symptomatik. Und wenn man jetzt unterscheidet zwischen diesem Überdruck zum Beispiel im Kopf und Alzheimer, welches sind dann die häufigsten? Die Alzheimer-Erkrankung ist schon sehr häufig, aber es gibt eine relativ große Zahl von Demenzen, die andere Ursachen haben. Und es ist so wichtig, die herauszufinden, weil man die sehr gut behandeln kann im Gegensatz zur Alzheimer-Demenz. Okay, womit wir bei dem Thema wären, von denen, die man behandeln kann. Können Sie uns darüber etwas Näheres sagen, bitte? Ja, die häufigste Erkrankung, die mit einer Demenz einhergeht, das ist der sogenannte Altershydrocephalus. Altershydrocephalus bedeutet Wasserkopf im Alter. Dort sind die Hirnkammerräume im Gehirn deutlich erweitert. Und dieses führt letztendlich zu einer gewissen Hirnfunktionstörung. Dies geht meistens einher mit einer Gangstörung, aber auch mit einer Demenz. Und wenn man diese Hirnkammerabflussstörung oder diese Hirnkammererweiterung behandelt, dann kommt es häufig zu einer sehr guten Rückbildung der Demenz. Und was passiert bei diesem Hydrocephalus? Das ist ein langer Streit in der Wissenschaft gewesen, wie das eigentlich funktioniert. Es ist so, dass das Herz, das Blut pulsatil in den Kopf pumpt. Und wenn die Gefäße alt werden und starr werden, dann kann dieser Puls nicht mehr abgefangen werden. Und dann wird der Puls in die kleinsten Gefäße im Gehirn weitergegeben. Und das hämmert sozusagen die ganze Zeit auf das Gehirn. Darunter das Hirnwasser in den Hirnkammern, kann aber nicht komprimiert werden. Und damit hämmert es die ganze Zeit letztendlich auf das Gehirn, welches auf einem harten Untergrund liegt. Und dadurch kommt es dann zu dieser Funktionsstörung des Gehirns. Was jetzt ein bisschen irritierend ist, warum heißt denn das Normaldruck Hydrocephalus? Der Druck selbst im Gehirn ist normal. Aber die Pulsamplituden, das Hämmern, das ist natürlich mit jedem Pulsschlag hat man sehr viel größere Druckschwankungen, als man sie normal hat. Aber der Mitteldruck im Gehirn bleibt normal dabei. Ist das eine häufige Krankheit? Ja. Wir reden heute sogar schon von Volkskrankheit, weil wir etwa schätzen, dass 5% der über 65-Jährigen diese Erkrankung haben. Und das wäre auf Deutschland umgerechnet etwa eine Million. Und in Hamburg allein müssten wir etwa mit 20.000 Patienten rechnen. Heißt das dann, dass Demenz in einem sehr häufigen Fall tatsächlich gar nicht so eine Demenz ist, wie man sie vom Alzheimer her kennt, sondern eben eine, die man tatsächlich wie bei diesem Wasserkopf, das heißt es ja übersetzt Hydrocephalus, operieren könnte? Ja, wir schätzen etwa, dass 10% der Demenzformen, die es gibt, also des Symptoms Demenz, durch eine solche oder eine behandelbare Erkrankung verursacht ist. Und deshalb ist es notwendig, bei allen Demenzen immer eine Bildgebung vom Kopf, am besten eine Kernspintomographie oder eine Computertomographie zu machen, um zu sehen, ob so etwas dahinter steckt. Ja genau, das bringt mich so auf die Frage. Also wenn ich eine Verwandte hätte, einen Verwandten hätte, der mit Demenzsymptomen zu tun hat und wir kämen zu Ihnen, was würden Sie tun? Es gehört immer dazu, auch nach den Leitlinien bei einer Demenz nach der Ursache zu forschen und da gehört auch eine Bildgebung, also eine Computertomographie oder Kernspintomographie vom Kopf dazu. Und dann? Wenn man so etwas findet, dann muss man noch weiter forschen, ob es das wirklich ist, was man auch in dem Bild sieht. Und in vielen Fällen kann man diese Patienten entsprechend gut behandeln. Und wie läuft das dann? Bei dem Wasserkopf oder bei diesem Altershydrocephalus, da legt man einen Schlauch in das Hirnkammersystem. Ich habe hier so ein Schlauchventilsystem mitgebracht. Eine solche Katheter kommt in die Hirnkammer und über dieses Schlauchventilsystem wird das Wasser dann in die Bauchhöhle abgeleitet. Was wir damit machen, ist, wir können die Gefäße nicht reparieren, diese starren Gefäße, aber diese harte Unterlage unter dem Gehirn verwandeln wir sozusagen in einen Schwamm und dann ist dieser Hammer-Effekt abgemildert und der entsprechende schwere zerstörende Effekt aufs Gehirn ist weg. Und wie machen Sie das? Wie bekommen Sie den Schlauch dann in den Kopf hinein? Das ist für uns eine relativ einfache, weil auch sehr häufige Operation über ein kleines Bohrloch wird hier dieser Katheter eingeschoben in das Hirnkammersystem und unter der Haut, wie wir sagen, auch unter Putz, läuft dann dieses hier bis in die Bauchhöhle nach unten und kann dann in der Bauchhöhle wieder ins Blut aufgenommen werden. Und kann dieser Schlauch dann im Kopf verbleiben? Die Vorstellung ist ja erstmal so ein bisschen fremd, wenn man sich das so sich selbst vorstellt. Dieser Schlauch kann da für ewig verbleiben. Das stört einen nicht. Man fühlt ihn natürlich ein ganz bisschen, wenn man mit dem Finger auf den Kopf geht. Aber man kann damit auch Purzelbäume machen, man kann schwimmen, man kann Sport machen, man kann alles damit machen. Und wenn man so einen Fremdkörper im Körper hat und gerade auch noch im Kopf, kann das nicht auch gefährlich werden? Kann es da nicht auch Komplikationen geben? Ja, jede Operation kann natürlich Komplikationen haben. Wenn wir das aber vergleichen, wie das vor 20 Jahren war, sind die Komplikationen jetzt sehr gering geworden. Und wenn wir den Spontanverlauf dieser Erkrankung angucken, dann ist er viel schlimmer, als selbst wenn bei dieser Operation eine Komplikation und möglicherweise noch eine zweite oder dritte Operation notwendig wird. Ja, und Sie sagten ja, er kommt relativ häufig vor aus medizinischer Sicht. Gibt es da ganz spezielle Vorgeschichten bei den Patienten, von denen Sie dann sagen, ah, da könnte das der Fall sein? Ja, diese Patienten mit dem Normaldruckhydrocephalus, die haben eigentlich immer auch eine gewisse Gangstörung oder Gangunsicherheit dabei. Die ist eigentlich auch notwendig dafür. Aber es gibt halt auch andere Erkrankungen mit Hirntumoren, die den Druck im Kopf selbst erhöhen können, wo diese Gangstörung nicht da sein muss, wo aber andere Verhaltensauffälligkeiten da sind, die man auch im Rahmen einer Demenz schwer von dieser Hirnleistungsstörung unterscheiden kann. Ja, bevor wir jetzt auf diese anderen Krankheiten kommen, die eben auch so eine Demenz verursachen. Demenz ist ja im Volksmund immer stark verbunden mit Alzheimer. Denken denn die Ärzte oft genug daran, auch zu untersuchen, ob es sich womöglich um eine andere Ursache handelt für dieses Demenzsymptom? Ja, es ist klar in den Leitlinien auch formuliert, was man machen soll. Dennoch wird es häufig nicht gemacht. Und man muss natürlich auch sehen, wenn man einen Patienten bekommt mit Verdacht auf Alzheimer, wenn er dann von einem zum anderen Arzt geht, möglicherweise verliert sich irgendwie dieses Verdacht auf und dann steht plötzlich nur noch Morbus Alzheimer da. Und dann ist natürlich die Möglichkeit der weiteren Behandlung sehr eingeschränkt. Und wenn man das dann nicht nochmal von vorne aufwickelt, dann kann es schon sein, dass die Patienten gar nicht die entsprechende Bildgebung bekommen. Ja, sollte man da als Angehöriger dann ganz besonders darauf achten? Ja, man sollte immer darauf achten. Einmal muss ein Patient mit einer Demenz eine Bildgebung vom Kopf, also eine Computertomographie oder noch besser eine Kernspintomographie bekommen haben. Ja, Computertomographie und Kernspinnen, kann das jeder vertragen oder muss man da auch noch darauf achten, Metall im Körper und so? Ja, da muss man darauf achten. Gerade bei Herzschrittmacherträgern könnte es ein Problem geben, aber da achten auch die Radiologen sehr darauf, dass man also keine Angst haben muss, dass man fälschlicher Weise vielleicht in eine Kernspintomographie kommt. Aber die Patienten müssen natürlich dem Radiologen auch genau sagen, was man an Implantaten hat. Ganz kurz, diese Hydrocephalus-Ventile, die wir einsetzen, die können problemlos in die Kernspintomographie, obwohl sie aus Metall sind. Aha. Sie hatten ja vorhin schon angedeutet, dass es noch andere Ursachen gibt, die diese Demenzsymptome auslösen. Welche sind das? Wir haben gerade bei älteren Patienten und gerade im Winter das relativ häufig, dass Patienten stürzen, sich irgendwie den Kopf aufschlagen, ohne dass sie eigentlich bewusstlos waren. Aber diese Schläge auf den Kopf können zu kleinen Blutungen im Kopf führen, die langsam immer größer werden, so eine Art Zickerblutung. Und die können das Gehirn zusammendrücken und die gehen nicht selten auch mit Sprachstörungen einher, mit Demenzen einher, manchmal auch mit Lähmungserscheinungen. Da muss man auch aufpassen. Und das Gemeine daran ist, dass diese Symptome nicht sofort nach dem Sturz auftreten, sondern häufig mit vielen Wochen Verzögerung. Nämlich wenn diese Blutung erst so groß geworden ist, dass sie das Gehirn dann auch zusammendrückt. Und deshalb, Zweifelsfalle, muss man auch bei diesen natürlich ein Bild machen. Dann sieht man das sofort. Solche Blutungen, solche Zickerblutungen sind in aller Regel, die um das Gehirn herumgelagert sind, sehr einfach über ein kleines Bohrloch zu behandeln. Wir haben früher das häufig sogar in örtlicher Betäubung operiert. Und die Patienten werden sozusagen auf dem Operationstisch wieder gesund, beziehungsweise wieder klarer und können wieder mit einem reden. Einfach dadurch, dass man diesen Überdruck, der dann entsteht, im Gehirn ableitet? Ganz genau, ja. Und kann das dann theoretisch nicht sogar jedem Menschen passieren und nicht nur alten Menschen beim Sturz? Es kann jedem passieren, aber ältere Menschen sind mit etwas mehr fragilen Gefäßen dort eher von betroffen, dass sie das bekommen. Also eine typische Erkrankung des höheren Patientenalters. Wobei höher bedeutet so ab 60, 70. Aber es kann auch ein 40-Jähriger natürlich schon mal bekommen. Und welche Krankheiten gibt es noch, die diese Demenzsymptome mit sich bringen können? Es gibt ja die Hirntumoren, dann gibt es auch Zysten im Gehirn, die möglicherweise in Hirnwasserabflussstörung bedingen. Alle Erkrankungen, die irgendwie das Gehirn oder Teile des Gehirns zusammendrücken können, können eine solche Demenz verursachen. Und auch da würde man dann den Kopf aufsägen müssen? Wenn das die Ursache dafür ist, kann man eine Zyste drainieren, entfernen oder den Tumor entfernen und kann dadurch die Symptome in aller Regel sehr gut behandeln. Nun ist ja der medizinische Fortschritt immer auf dem Weg nach vorne. Seit wann weiß man das denn eigentlich, was man alles tun kann am Gehirn, ohne dem Patienten dadurch stärker zu schaden, als er bis dahin schon krank ist? Naja, man hat das natürlich über die Jahre und Jahrzehnte gelernt. Man hat sehr viel natürlich gelernt mit der Kernspintomographie, dass man viele Symptome entsprechend zuordnen konnte, weil man die verschiedenen morphologischen Veränderungen im Gehirn hat erkennen können. Aber es ist auch die Aufmerksamkeit natürlich auf solche Erkrankungen, die notwendig ist und die immer mehr wächst, weil die Patienten auch älter werden. Und dieses, zum Beispiel der Normaldruckhydrozervis, eine Erkrankung ist, die immer fortschreitet. Und wenn man da nicht einschreitet, ist es immer so, dass es nach einigen Jahren eine Pflegebedürftigkeit mit sich bringt. Wenn wir zum Beispiel in die Altersheime gehen, sehen wir sehr viele Patienten, die diese Erkrankung haben, die aber nicht oder zu spät behandelt worden sind. Das heißt, es kann also durchaus auch zu spät sein, einen Hydrocellverlust zu behandeln? Ja, wir wissen, wenn wir es zu spät behandeln, dann erholen sich die Patienten nur noch partiell. Und deshalb ist eine frühe Diagnose und frühe Behandlung auch wichtig bei diesen Patienten. Weisen denn da Ärzte auch in den Krankenhäusern das Personal darauf hin? Also wenn jetzt zum Beispiel keine Angehörigen mehr da sind, die man da sensibilisieren kann, dass man darauf achtet? Ja, wir machen sehr viel Fortbildung und wir erzählen, wo es nur geht, gerade über diese Erkrankung. Gerade die behandelbaren Erkrankungen sind ja so wichtig zu erkennen, um den Patienten eine segensreiche Therapie nicht vorzuenthalten. Ja. Vielen Dank für diese spannenden Antworten, Herr Professor Kehler. Und schönen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Machen Sie es gut!